Das war ein Ausschnitt aus der Rede des Bundespräsidenten zum Tag der Deutschen Einheit gestern. Und dazu zugeschaltet ist mir Hugo Müller-Fock, Publizist und ehemaliger Herausgeber der FAZ. Herr Müller-Fock, die Rede von Frank-Walter Steinmeier ist durchaus gelobt worden, jedenfalls mehrheitlich. Hat er aus Ihrer Sicht den richtigen Tonfall getroffen und die richtigen Themen gewählt? Ja, ich glaube, er hat die richtigen Themen gewählt. Die Tatsache, dass Menschen das Gefühl haben, sie sind abgehängt, dass es Risse gibt in der Gesellschaft. Und es war völlig richtig, dass er angesprochen hat, die Flüchtlingsproblematik. Und er hat sie auf sehr deutliche Weise angesprochen, dass wir entscheiden müssen, wen wir haben wollen und wie viele wir haben wollen. Und dass wir unterscheiden müssen zwischen denen, die als politisch Verfolgte kommen und denen, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen. Es war allerdings auch etwas, ich hatte ein etwas zwiespältiges Gefühl. Hier sprach der Bundespräsident, wie jemand, der sozusagen frisch dieses Land analysiert habe und jetzt zu Schlüssen komme, in der Frage der Flüchtlingspolitik, als die unkontrollierte Zuwanderung war, war Herr Steinmeier Außenminister. Es hätte zur Rede auch gehört, ein Eingeständnis, dass damals manches falsch eingeschätzt wurde und dass da Fehler begangen wurden. Ihnen hat also selbst Kritik gefehlt? So höre ich das jetzt. Er fordert ja eine ehrliche Flüchtlingspolitik. Er sagt, wir müssen uns ehrlich machen. Und zum Ehrlichmachen gehört auch dazu zu sagen, ja, das und das ist falsch gelaufen. Denn es kann ja, so wie er gesprochen hat, heißt das ja nicht, dass im Jahre 2015, 2016, als die Bundeskanzlerin sagte, wir können gar nicht bestimmen, wie viele zu uns kommen, dass das richtig gewesen sei. Also insofern, ja, ein Stück Eingeständnis von Fehlern. Das hätte der Rede, glaube ich, noch mehr Glaubwürdigkeit gegeben. Welche Bedeutung hat denn jetzt diese Rede gestern für die Gesellschaft in Deutschland gehabt? Kann sowas etwas ins Rollen bringen? Gut, der Bundespräsident hat nur die Kraft des Arguments und die Macht der Worte. Es war sicherlich die nachhaltigste Rede, die Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident bisher gehalten hat. Und ich glaube, das wird schon die Diskussion in der Flüchtlingsfrage ein Stück voranbringen. Wenn jemand sagt heute, wenn jemand jetzt sagt, ja, wir müssen unterscheiden zwischen politisch Verfolgten und den sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen, dann tun sich manche im linken Spektrum schwer, den sozusagen in die rechte Ecke zu stellen, wenn ein Mann wie Frank-Walter Steinmeier genau dies fordert. Hat er denn gegenüber der AfD den richtigen Ton getroffen? Ja, das Bekenntnis zur Heimat war wichtig. Wir haben ja so gerade auch in den Medien und auch in der Politik so ein bisschen die Einstellung Heimat, das ist so ein bisschen Provinz, das sind die Hinterwäldler. Dass Menschen Heimat brauchen, das war wichtig, dass er das so gesagt hat. Und er hat gesagt, wir dürfen das nicht denen überlassen, die sozusagen in Blut- und Bodenrhetorik verfallen. Das war eine klare Abgrenzung zur AfD und die war auch richtig und notwendig. Sie haben es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, welche Bedeutung hat diese Rede für das Amt von Frank-Walter Steinmeier, das er ja relativ frisch übernommen hat? Das Amt, er ist relativ frisch im Amt und es wurde ihm ja bisher vorgeworfen, man höre wenig von ihm. Ich glaube, mit dieser Rede zum 3. Oktober hat er sich als aktiver Präsident positioniert, als einer, der warnt und mahnt und ermuntert. Und das ist, glaube ich, das heißt auch nicht, dass das jetzt in den nächsten viereinhalb Jahren weitergeht, aber zumindest ist er jetzt als aktiverer Präsident in Erscheinung getreten, als er es bisher war. Uwe Müller-Frock, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Gerne, ich danke Ihnen. Gerne, ich danke Ihnen.